Moin Leute, wir spielen wieder Golf-Hit. Ja, wir haben die, wie heißt sie, Minecraft-Git von SMI-Map. Ja, schau mal. Der Minecraft-Dicht mir das aus. Also von daher, los geht es. Oh. Was sagt? Man kann von der Bahn fliegen. Habe ich schon mal erfolgreich getestet. Sehr gut. Mehrfach. Alter. Oh, nee. Naja. Endlich wieder Letzter. Ach Gott, nee. Endlich wieder Letzter. Ach, Scheiß-Dreck hier. So nämlich. Achso. Nee, du bist nicht Letzter. Oh Gott, fängt ja echt gut an hier. Wow, wow, wow. So weit hier in Hängenbaum muss man hin. Keiner weiß das. Das ist die falsche Bahn. Ey, ich hab mich völlig verlaufen. Ist wir zu weit? Ist mir nicht gut. Oh. Und spiegert hier weiter, so. No. Ich bleib auf dem Rad, Nick. Oh, Mano. Geh rein, geh rein. Ja. Schön, Benny. Ach, nee. Äh. Äh, ja. Äh. Äh. Einfach hier, äh, wallhoppen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen, aber nur. Nicht so viel. Ein bisschen mehr. Und noch ein bisschen mehr. Oh. Und noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Und jetzt. Das sieht besser aus. Der war zu fest. Oh Gott. Nicht fest genug. Nicht fest genug war der. Aber Paar ist okay, ne? Gesundheit. Lieb's noch. Ja, ne. Die fliegt irgendwo zum Fliegenzeug rum. Wie ich aller geschrieben. Hört ihr da auch? Ja, hier ist fliegt. Ich nebile. Oh. Boah, ey. Ähm. Hippi. Ich habe nicht perfekt. Den muss ich zugeben. Ah, nix ist hier perfekt. Nein. Oh. Oh. Was war das denn, ey? Sehr gut. Der sah schön aus. Oh, natürlich. Jetzt treffe ich den Winkel nicht mehr, ey. Ah. Ah, Betrug. Alles Betrug. Jo, hier geht's ab. Easy. Moment, wurde mitgenommen. Ein bisschen. Äh. Bin ich? Ach so. Passt schon. Ja, ist okay. Ist okay. Was hat denn? Was hat denn? Oh. Das ist heute nicht seine Zeit. Und da war gut. Nein, 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 nein. Diese gut. Oh, das war gar nicht so schlauig. Nee. Ist zu spät, ne? Müssen wir damit arbeiten. Schaffst das? Glaube nicht. er hat das problem hat er immer unten an die vor die rampe kalt immer wieder zurückfliegt okay ja so geht es auch alles umgang ja aber content geboten ist ja auf der anderen seite sich ist ist ein zweites mal hier also ja hier bei mir an ich bin schon länger und spiel halt ultra scheiße kommt kommt noch ein stück jetzt so da geht es auch noch weiter ist ja 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 ich rechte weg ach so und dann ist jetzt nichts da rein okay ja nichts wo bin ich denn jetzt immer voll drauf zimmern ach so ich bin wir hier hier im bild ach ja das war falsch ich weiß ja auch nicht ich weiß ja auch nicht aber hier ist scheiße da ist nicht so schlecht jetzt darunter ja nicht so doch doch warum ja weil da unten drunter ist das du musst da runter ja genau jetzt habe ich es auch verstanden das wird super 88 schläge soll man es hier im durchschnitt schaffen ich bin schon genau im schnitt dann fangen wir jetzt mit holen und ich arbeite daran ok auch dort war nicht festgemacht bin ich wieder am anfang es geht ja warum starte ich immer wieder beim start oh ne jetzt habe ich außer sehngeschlagen du ahnst es nicht wo sich denn hin ich weiß auch noch nicht dann war immer weiter ja mal komm mal an ah ok da war nicht fest ich bin schon da immer gelandet ich fühle mich betrogen ich auch 6 aber dann geht er noch 6 war ne 7 war ja tatsache ja das ist so ungewohnt eine match zu spielen wo alles unter 3 gut ist weißt du ähm schrasse aus ja nie mehr das ist ja dein plan überhaupt ich weiß es nicht ja habe ich versucht ging gar nicht gar nicht ging gar nicht das war zu fest habe ich gemerkt gut 13 easy ne was ist denn hier der plan minecraft ist es einfach nicht ja vor allem ich sehe ja noch nicht mal das Loch wo man hin muss erinnert sich das was du schon gesehen spiel ich habe soweit habe ich noch nicht ganz weit weg wahrscheinlich ich sehe ich auch ganz hinten ja ne ich weiß es ist klar falsche bahn das ist falsche bahn nein 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 doof einer weiß welche bahn die richtig ist ja richtig ist weiß ich nicht ach das geht so gar nicht ich bin wieder da mein zombie da ist das Loch meine Fresse ich habe das richtige Loch gefunden gut ist nicht das ganz dahinten haben wir dann auch festgestellt ich ja war nicht fest genug die Schatztruhe ist es platztruhe ja die Schatztruhe leg mich am Arsch mal war so nein definitiv nicht bitte du warst doch schon da oben ach komm on du bist da hoch ach 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 ich kann das nicht mehr du scheiß echt jetzt das wird so blöd sprühe ich fertig dann quasi Danny ich komme jetzt ist das Loch oh ne einfach im Loch vorbei ist der hier runter oder was dann mhm I'm not sure oh man ach so alle maler Aquamalo meieieieieieieiei blub 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 zurück und auf den Fall sehr gut ganz knapp ganz knapp kommst trotzdem nie an doch nicht erwartet aber schön birdie gemacht ne knapp nicht fest genug ja die map ist ein bisschen komplizierter ich war doch schon oben alles ist nicht hollend war überfordert normal ja es ist so ungewohnt zu den web zu spielen weißt du ja die ist wahnsinnig schuld gemacht ja keine frage aber verdammte scheiße die bahn sind ja auch an sich so ganz cool ja wie gesagt die map ist schön gemacht das ist halt einfach nur ungewohnt so bahn zu haben wo du vom startpunkt aus das kloch die ist ja okay kann man es sehen bringt einen auch nicht viel ist das möglich ist das möglich ja ein versuch wo bin ich ne das ist nicht möglich okay muss ein Loch schon wieder ich war im loch bin raus gehüpft und das zählt nicht zurecht kann nur nicht oh man ich kriege die krise auch da lange hätte man auch gekonnt okay na na komm sag mal ach das schon und ich schlage die bahn frei aufgemacht wahrscheinlich oh nein vorbei oh das könnte man aber ohne mann schaffen tatsächlich ja ja wenn man gut wäre richtig geflogen wäre das ist jetzt halt Toto noch ein bisschen boah genau genau on point ja gut man sehr gut wow ja nee so tschüss so wie geht's weiter wie geht's denn da fliegen ey dann Benny das Benny oh das war zu fest weggeklappt ey oh wir gehen in den Nether fuck knapp drin vorbeigeflogen ach da müssen wir rein nicht geil das klappt von hier nicht nicht geil auf in den Nether oh ja ich denn hingeflogen ich würde sagen zu weit ne ja fast mein oh eins nein wieder rauskippt aus dem Loch ja so wie ich vorhin was naja ich brenne oh schönes Ding ja der ist der ist gut gefallen diese Bahn ist hier eine Achterbahn fahren auch ja oh das war ein Glück mal wieder verknappt wieder Lucky Spezi gemacht hier so die Kante hier und dann fliegt man raus sehr gut ach ja nur ein Stückchen nein nein bleib bleib so das ist ja kopfball ah dieser kack kampf auf ihre boing boing was heißt gleichstand du bist drei vor mir tschüss oh nein das war auch zu fest nix verdammt easy durchspielen oh ne kommt da noch ein Loch ab und zu loch mit dir Spezi sechs Schläge schon wieder wo ihr das mal machen konnte ach komm das war zu fest mein gott nee das wird jetzt schwierig ja aber du musst einen Opfer ich will aber nicht ich muss immer Bande von der anderen Seite oh man ey wie kann man denn so ein Pech immer von Glück zu Pech ich dachte der der immer Glück hat von Glück zu Pech einfach das war ein bisschen zu fest das war nicht feste genug das war ein Zombie toll scheiß Zombie-Villager gut gemacht also wir gehen schlafen alle alle ab ins Bett jeder putzt pullern und ab wie ins Bett noch noch ein Stück jetzt das dazu wo muss ich denn da ins schlafen gehen hm 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 mit Minecraft ja Tony hat Spaß gemacht wenn ja dann lasst gerne ein Däumchen da und würde ich sagen wir sehen uns nächstes Mal bei Ungefiltert Project Sombroid oder guck mal bei Raygonot rein weil da sag ich mal passieren Dinge tschau 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 vorab tschau tr tschau mal tschau tschau tschau